Alter, in diesen Blumen immer, Mann! Noch einer! Ihr verarscht mich! Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! CSGO! Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Uh-oh. Ich muss P250-Kills machen. Okay, jetzt will ich schon einkaufen, bitte. Komm schon. P250. So, mit der muss ich jetzt Kills machen. Alter! Wie viel waren das? Wollt ihr mich verarschen? Also, das ist die Aufgabe. Mit dieser Waffe muss ich Punkte erzielen. Oh no. Scheiße. Ja, mit dieser Waffe muss ich eben die Punkte erzielen. Schade, war nur ein Assist, um diese Bloodhound-Mission zu machen. Alter, ich hab ihm noch in den Hals geschossen, ey. Aber ja, es macht nix. Ich hab nämlich ein... Ah. Oh, fuck. Private Game of the Fuck. Der nächste Headshot. Und pass auf. Oh, das wäre fast runtergesprungen. Wow. Das war aber auch ein Head-Up da gesehen. Zwar friendly, aber ist mir gerade moll egal. Shit. War kein Head-Up mehr, aber naja. Oh, Private Game is back. Ah. Headshot. Von unten. Nicht mit mir. Wow. Er kommt einfach reingerannt, weil er verrückt ist. LVP ist natürlich schwach. Kann ich nur einen klatschen, der vielleicht... Der mich vielleicht nicht sieht. So, mit dieser Mann hier. Hat mich gesehen. Gesehen, wie viele Hände ich ihm gegeben hab. Ey, bitte tötet mich. Ihr habt die falsche Waffe. Tötet mich bitte. Hallo. Danke. Läuft, läuft. Ja. Doppel-Kill-Bütjes. I'm a Lizard, you know. Hohoho. Alter, was für ein Run. AWP nicht mit mir. Ich weiß, ihr wisst, ich bin eigentlich Gott in Counter-Strike. Und ich kann auch eine AWP pinnen, aber... Aber jetzt wollte ich gerade den Run-Up hier. Muss ich jetzt nicht zwingend mit einer AWP aufnehmen wollen. Ah. Aber gut. Oder drei, vier oder fünf Kills hintereinander. Kann man nichts sagen. Hohoho. Wow. Ah. Aber wisst ihr, was herrlich ist? Wisst ihr, was bei Counter-Strike einfach herrlich ist? Also ich glaube zumindest, dass es nicht geht. Und zwar ist man nämlich hier im... Man ist im Gunfight. Und jemand kommt nah an dich ran. Aber es gibt keinen Messer-Knopf. Du musst zum Messer wechseln, dass du ein Messer hast. Ich glaube, es gibt keinen Messer-Knopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Messer-Knopf gibt. Das ist schön. Alter, in diesen Blumen immer, Mann. Noch einer. Ihr verarscht mich. Die saßen zu zweit in der Blumen dringend. Oh. Nein. Was habe ich? Dude, what? Dude, what? 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 I'm fucking amazing, bro. Surprise, surprise. Surprise, my fucking... Oh. Bin ich ever der motherfucker, der die Surprise bekommen hat? Ja, bin ich, bitches. Oh Gott, schau dir an Hedda. Es ist so wunderschön. Ey. Hey. Tyrone. Nein. Oh-oh. Schade, schade. Alter, mit der Pistel macht es so übel Spaß. Ich muss nur auf die Zeit achten. Ich muss nämlich gleich in die Vorlesung. Ich muss halt noch in die Hochschule fahren. Das ist für mich nochmal ungefähr 30 Minuten. Ich habe das Gräben gespürt. Ich muss aufnehmen. Ich wusste auch so eben erst, welche Waffe ich für diese Operation. Wenn ich ein Blatthau nehmen muss. Oh mein Gott, ich bin sein Gott. Okay. Und ja, jetzt macht es natürlich... Alter, wie sie da stehen. Ein Messer. Ey, das hat er so verdient. Der Knife-Kerl. Der hat zwei geneift. Unsere Leute haben da gekämmt. Auf der Treppe. Das war schön. Okay, habe ich noch Zeit für eine Runde? Ja, geht. Geht. Vielleicht muss ich sie zwischendurch abbrechen. Ach, das wäre schade wegen den Punkten, ne? Ich muss noch Rails kennenlernen. Ich kenne Rails noch gar nicht. Ich habe das Spiel nach wie vor ziemlich laut, finde ich. Ich verstecke mich auch immer im Salat, weil... What the fuck, bro? Man muss nur laut schreien. Ich so ein... What? Er wollte mich mit dem Ball ablenken. Hat auch geschafft. Scheiße. The Kim, der wäre jetzt wieder hasselhaftig. Wisst ihr, was gerade passiert? Ich werde vergewaltigt. Übelst. Guck mal. 0,6. Da war jetzt kein geiler Tod dabei, den ich euch hätte zeigen können. Einfach nur so... Pfff, tot. In der Pflanze wieder. So. Hier ist eine Glasscheibe. Das ist langweilig in der Pflanze. Ja. Jetzt kommt es wieder, oder? Das ist doch kacke, dass ich immer bei meinen Mates spawnen, wirklich jedes Mal. Und da muss ich mir erst voll lang den Weg suchen. Wow. Das war ein Turn. 4 zu 13. Normalerweise habe ich immer 13 zu, äh, minus 4. Man kann durch die Lampen durchgehen, spricht nicht fürs Spiel. Alter. Ey, der Headshot war aber auch hart verzögert, oder? Scheiß Pflanzenpisser. Boah, aber ich habe ihn noch eingedrückt. 98 in 1. Oh. Das war ein Battle mit Private Kim. Oh, und er holt ihn mir weg. Tja, jetzt habe ich wenigstens den. Oh, guck, da sind so Ficker dabei, die irgendwelche dummen Geräusche machen. Ich finde, man sollte gar nicht freisprechen dürfen mit allen. Ich finde, man sollte es einfach so machen. Ganz einfach. Man kommt auf einen Server und hat kurz eine kleine Auswahl. Willst du den Public Chat hören, ja oder nein? Und dann musst du die anschalten. Wenn du auf Nein gedrückt hast, musst du im Nachhinein die Leute anschalten, die du gerne hören möchtest. Fertig. Das ist so nervig, jedes Mal erst alle Leute zu muten. Oder man bräuchte Mute All, but... Bei, äh, Kot gibt's den. Hier ist nämlich einer. Oh, nein! Das ist zum Kotz. Raus aus der Pflanze, Pisser. Ich will den Eier. I'm in the plan. I'm in the plan. Woo! Barracuda. Whoa! Oh mein Gott. Ich wollte gerade noch sagen, schade, dass ich jetzt sterbe. Wenn ich an ihm vorbeigesprungen wäre, hätte ich vielleicht überlebt. Aber ich habe überlebt... Ich habe überlebt, weil ich gegen ihn gesprungen bin, hätte ich echt nicht gedacht. Die Map ist halt zu weitläufig hier für eine Pistol-Runde. Dieses Agency hat schon was für Pistolettas. Immerhin habe ich diese Schöne hier von Kennex. Vielen Dank nochmal, Kennex, natürlich, gell? In der einen Folge ist es vielleicht so gekommen, als hätte ich mich nicht gefreut, aber ich habe mich sehr gefreut. Echt cool. Bin ich echt nicht tight. Einen noch gepimmelt auf die Entfernung mit Headshot. Läuft bei mir. Es läuft, ja. Ich habe Waffe gefunden, bekommen. Duels. Okay, gut, also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Have a good day, gentlemen. See ya.